So Freunde, jetzt machen wir Freundes, wir werden jetzt noch einen schönen Song spielen, nach diesem Song werden wir uns singen, treffen und machen die berühmten Erinnerungsfotos, danach stellt ihr euch bitte geordnet in zwei Reihe an, auf unsere CDs, dann fragen wir nochmal das Tatum ab 9. November, aber ein Song haben wir noch für euch, wenn ihr noch wollt, wollt ihr noch? Ja! Das ist die Rocket Pro! 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 Das ist die Rocket Pro!